Ist die Mona Lisa im Louvre nur eine Kopie? Dieses Gerücht habe ich auch schon mal gehört, aber woher kommt das eigentlich? Mit Kopie ist tatsächlich nicht Fälschung gemeint. Fangen wir mal damit an. Leonardo hatte Schüler, die zum Lernen exakte Kopien von der Mona Lisa gemalt haben. Eine bekannte Kopie ist zum Beispiel die Prado Mona Lisa. Aber dann gibt es noch dieses Bild hier. Und das zeigt eine irgendwie jüngere Version von dem Bild, was im Louvre hängt. Man hat sogar Gemeinsamkeiten der Malweise feststellen können, die auf Leonardo hinführen. Leonardo hat um 1500 an einem Porträt von Lisa der Giocondo gearbeitet. Und da ist man sich jetzt uneinig, welches Porträt jetzt das von Lisa der Giocondo darstellt. Also entweder der Schüler war einfach verdammt gut oder Leonardo hat tatsächlich zwei Versionen gemalt. Wenn ihr also mal wieder von einem Mona Lisa Fake hört, dann heißt das nicht, dass die Mona Lisa im Louvre nicht echt ist. Aber durch genau so Halbwissen entstehen Gerüchte, weil vielen Menschen eben dieser Kontext fehlt. Und weil Wörter wie Kopie und Fälschung synonym verwendet werden.